Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier vor doch mittlerweile, würde mal sagen, so locker 80, die gekommen sind, um diesen Marathon durchzustehen bis 9.30 Uhr. Tut uns sehr leid, dass wir das in dieser Form organisiert haben. Uns ist nichts anderes eingefallen. Nächstes Mal versprechen wir Besserung. Krise war das Stichwort. Über welche Krise reden wir? Wir versuchen seit drei Jahren dazu einen Begriff von Gramsci bzw. einen Analyseblick von Gramsci auch zu nutzen, nämlich den der organischen Krise. Das heißt, das Zerfallen eines spezifischen Verhältnisses der unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnisse zueinander, also nicht nur einfach, ist es eine ökonomische Krise oder eine politische oder eine Präsentationskrise oder sonst was, sondern das Verhältnis dieser Verhältnisse zueinander, was dann eben zu einer scheinbar Fülle von unverbundenen Krisenphänomenen führt, auf den unterschiedlichsten Feldern. Die Krise meandert, verschiebt sich von hier nach dort und ist es wahnsinnig schwierig, sozusagen im Alltagsverstand oder auch in der medialen Berichterstattung überhaupt zu fassen, was da vor sich geht. Und genau das versucht natürlich der Begriff der organischen Krise hinzubekommen. Dass die Krise nicht gelöst ist, ist ja mittlerweile völlig klar. Jedem, der das irgendwie verfolgt, obwohl sie uns noch vor einem Jahr genau das Gegenteil erzählen wollten. Denn schon jedes Mal, wenn sie im Krisenmanagement versuchen, irgendwie die Krise zu bearbeiten, zu verschieben, zu verlängern, ist darin angelegt schon wieder, wie die nächste Krisenkonjunktur aussieht. Das hat damit zu tun, wie sie zum Beispiel auf die Finanz- und Wirtschaftskrise reagieren, indem sie sozusagen einen massiven Bailout mit Multimilliarden versuchen, alles zu retten. Dazu das Ganze dann endet in einer massiven Staatsverschuldung, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA oder anderen Ländern, die dann wiederum zu spezifischen Krisen führt, deren Bearbeitung jetzt mit Kürzungsprogrammen, Austerity, wie es im Englischen heißt und so weiter, wieder dann zur nächsten Krise führt, nämlich einer massiven Rezession in betroffenen Ländern zu politischen Krisen und so weiter. Also natürlich hat das Krisenmanagement dazu bewahrt bislang, dass es nicht komplett kippt, aber sie kriegen es nicht gebacken, schon weil die grundlegenden ökonomischen Ursachen der Krise nicht angegangen werden. Es gibt so zaghafte Versuche der Finanzmarktregulierung, die dann wiederum von den unterschiedlichsten Lobbygruppen, sei es in den USA oder bei uns die Bankenverbände, derart aufgeweicht werden, dass sich an den realen Größenverhältnissen dieser finanziellen Überakkumulation, die Klaus-Peter Kiska vorhin angesprochen hat, nichts verändert hat. Im Gegenteil, sie baut sich schon wieder weiter auf. Von den anderen Dimensionen der multiplen Krise wollen wir hier noch gar nicht sprechen. Die Verschärfung auch der ökologischen Krisen ist ja dabei auch noch nicht mal erwähnt, drängt sich aber dann durch Ereignisse, etwa wie Fukushima, also auch da etwas sozusagen, was nicht ein Transformationsprojekt mitgedacht war, egal von wem. Solche Ereignisse spielen eben auch eine wichtige Rolle. Oder auch andere Katastrophen. Wir haben eine Fülle von ökologischen Katastrophen und dann dazu immer wieder passenden Weltgipfeln, auf denen relativ wenig passiert, aber die natürlich schon sozusagen verdeutlichen auch, dass es eine zunehmende Bedeutung hat. Nicht nur, weil ökologische Fragen Fragen politischer Legitimation berühren, angesichts eines doch immerhin wachsenden Umweltbewusstseins, egal sozusagen in welcher Rangfolge man das dann jeweils bewerten mag, sondern weil damit eben auch Fragen der Sicherung ökonomischer Verwertungs- und Reproduktionsbedingungen ganz eng verknüpft sind von Ressourcen, von Energiesicherheit und so weiter. Uli hatte es vorhin angesprochen. Entscheidend ist also der Zusammenhang von Krisen, der Verknüpfung der aufbrechenden Krisenerscheinungen von dem bereits genannten, aber auch die Krise der Reproduktion, die Frigga oder Gabriele Winke auch immer wieder einklagen, dass das natürlich genauso mit zu bedenken ist. Die dramatische Prekarität, die auch damit eng verbunden sich weiter vertieft, nicht nur in den Industrieländern, dann doch eben mit schwelenden Repräsentationskrisen verbunden sind. All diesen multiplen Erscheinungen hat der neoliberale Machtblock keine produktiven Lösungen mehr anzubieten. Produktiv in dem Sinne, dass die Interessen der Subalternen irgendwie auf eine Art und Weise eingebunden werden, dass sie diesem Projekt weiterhin aktiv zustimmen können. Schlimmer noch, der Neolismus ist aus meiner Sicht erschöpft, weil er verstärkt zwar noch seine autoritären Tendenzen, die er in den letzten zehn Jahren ja schon gepflegt hat, aber weder ist von ihm ein neuer Akkumulationsschub, also die beklagte ökonomische Seite betone ich hier nochmal, weder ist von ihm ein neuer Akkumulationsschub zu erwarten, noch eben ein neuer gesellschaftlicher Konsens. Nichtsdestoweniger, die Neoliberalen sitzen, nicht zuletzt in Deutschland, fest im Sattel, Bomben fest im Sattel, zumindest im Moment. Sie bauen in Europa und in den USA sogar ihre institutionelle Macht aus. Also mit Gramsci gesprochen, ihre Position mag keine führende mehr sein, keine hegemoniale mehr, aber sie ist nach wie vor eine herrschende. Das ist eine Unterscheidung, die mir immer wieder sehr wichtig ist, weil zu schnell wir sozusagen in dieser Krise feststellen, die Neoliberalen sind doch immer noch da, ist alles Neoliberalismus und da bricht ja gar nicht wirklich was um, obwohl dauernd Krise ist. Es ist ein Unterschied, ob wir von Herrschaft, für den Kapitalismus auch durchaus funktionierend übrigens, oder von Hegemonie in einem umfassenderen Sinne sprechen. Aber darauf kommen wir gleich nochmal. Die Folge wäre, dass sich etwas wie eine Zeit des Interregnums, eine Zeit des Interregnums, eine Übergangsperiode ansteht, in der die Krise über eine längere Zeit, vielleicht ein Jahrzehnt oder länger sich hinziehen kann, bis aus der Konkurrenz von unterschiedlich starken Beharrungs- und auch Erneuerungstendenzen sich dann etwas wie eine hegemoniale Richtung neu herauskristallisiert. Die Kämpfe um die Neuzusammensetzung und die Führung im Machtblock sind im vollen Gange, würde ich sagen. Dabei hat sich die gesellschaftliche Situation seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 verändert. Einige der von uns 2008 angenommenen, für möglich gehaltenen Szenarien und Trends, etwa eines sozialdemokratischen Public New Deal unter Obama, haben sich nicht realisiert, beziehungsweise die Einschätzung war gar nicht so falsch, dass sie zu schwach eingeschätzt wurden. Überraschend war für viele, wie erfolgreich zum Beispiel auch das Krisenmanagement in Deutschland doch wirkte. Damit hat sich die Situation ein Stück weit auch geschlossen. Der Handlungsspielraum für bestimmte Projekte wurde eingeschränkt. Offen bleibt allerdings, inwiefern die Krise wieder mögliche Möglichkeitsräume aufreißt. Im folgenden daher der Blick auf vier im Entstehen begriffene konkurrierende strategische Projekte, nenne ich das mal. Das sind nicht etwa Szenarien, wie das aussehen könnte, sondern das ist der Versuch der Bestimmung empirischer Tendenzen, die jetzt schon vorfindbar sind. Leider ist wahrscheinlich kaum Zeit, alle vier auszuführen, aber ich will es versuchen. Gestriffen werden soll dabei vor allem, was sind die wesentlichen politischen Momente mit Blick auf Bearbeitung der organischen Krise, also mit besonderem Blick dabei auf die ökologische Krise. Zweitens, wer sind die gesellschaftlichen Kräfte oder Träger solcher Projekte? Welche Koalitionen gruppieren sich darum? Drittens, welches sind aber auch die jeweiligen sozioökologischen Konsequenzen? Welches sind die ökonomischen Widersprüche oder politischen Implikationen, die sich daraus ergeben? Die Projekte sind relativ klar voneinander zu unterscheiden, allerdings ist leicht erkennbar dann im Folgenden, dass sich zwischen den Projekten Überschneidungen ergeben, die mögliche Koalitionen eben auch jenseits der Projekte ermöglichen, die wiederum dann ganz andere Widersprüche mit sich brächten, aber das ist dann eine andere Diskussion. Dabei, finde ich, muss man darauf achten, dass man die Projekte nicht einfach konkreten Kräften zuordnen kann, sondern es geht immer um konkrete Kräftekonstellationen dabei. Also bestimmte Kräfte können sich durchaus in dem einen Projekt wie in dem anderen wiederfinden, allerdings in unterschiedlichen Konstellationen leben, unterschiedlichen Koalitionenbildungen. Das heißt, es geht mir um die Verdichtung von Kräften und nicht um sowas wie Blaupausen einer Transition, wie Uli das aufgeworfen hat, also nicht, dass irgendeine Expertengruppe sich zusammensetzt und da sich mal ausdenkt, was die Green Economy ist, sondern sozusagen wie in der Realität sich solche Projekte unterschiedlicher Gruppen reartikulieren und vielleicht zu einem solchen Projekt verdichten. Das hat was mit dem Verständnis von Transformation zu tun, wie Rolf es vorhin auch ein bisschen angerissen hat, wie wir es auch eigentlich schon aus Richtung einer regulationstheoretisch-gramschianischen Transformationstebatte kennen, dass es nämlich natürlich sowas wie strategische Subjekte oder Projekte gibt in Transformationsprojekten, aber dass es eben kein steuerndes Subjekt gibt. Es gibt kein Zentrum einer solchen Transformation, aber das heißt nicht, dass solche strategischen Projekte nicht permanent versucht werden, in Szene zu setzen. Und selbstverständlich bewegen diese sich nicht im luftleeren Raum, sondern vor dem Hintergrund konkreter Kräfteverhältnisse, von Kämpfen, von gesellschaftlichen Entwicklungen. Insofern muss man dann auch bei solchen Szenarien eine Aussage darüber treffen, wie wahrscheinlich das jeweilige Projekt ist. Das wiederum hat was damit zu tun, auch für wie erneuerungsfähig man, egal wie man den Kapitalismus jetzt findet, es geht ja nicht um eine normative Einschätzung, finden wir das doof oder wollen wir lieber was ganz anderes, sondern wie erneuerungsfähig schätzen wir kapitalistische Entwicklung ein. Deswegen sprechen wir am Institut manchmal von einer anderen Art doppelten Transformation als Rolf sie meinte, nämlich wie sie im Titel ja auch steht, also nicht diesem Titel, sondern dem der Tagung innerhalb des Kapitalismus und drüber hinaus. Das heißt, ganz wichtig ist, wenn man so Szenarien oder Projekte entwirft, unter welchen Bedingungen macht man das eigentlich, um zu einer realistischen Einschätzung zu kommen. Da ich wahrscheinlich es nicht schaffen werde, durch alle vier zu bekommen, will ich mit Blick auf Wahrscheinlichkeiten erstmal mit zwei starten, nämlich dem ersten eines autoritären Neoliberalismus, in dem die Kräfte, die sich darum gruppieren, versuchen der organischen Krise mit einer Intensivierung der alten Regulationsmechanismen zu begegnen. Das heißt, weitere Finanzialisierung, Kürzungsdiktate, Privatisierung, Flexibilisierung, Präkarisierung, Entdemokratisierung, kennt die Stichworte alle. Das war übrigens in anderen großen Krisen nicht so viel anders. Insbesondere ist es gelungen, fast weltweit eine autoritätspolitische Wende zu vollziehen. In Europa setzen Finanzmärkte, IWF und nicht zuletzt die Regierung Merkel zusammen mit einigen anderen exportorientierten kleinen Ländern gleichgerichtet auf eine Radikalisierung autoritätspolitischer Deutsch-Kürzungsmaßnahmen und setzen deren Institutionalisierung durch. Das ist der sogenannte Euro-Plus-Pakt und alles, was sozusagen um jetzt Griechenland-Rettung und so weiter diskutiert wird. Mit dieser institutionellen Blockade, die einmal errichtet, an der man ja nicht mehr so einfach mal vorbeikommt, ähnlich wie vorher schon der Maastricht- und Stabilitätspakt und unter den veränderten Kräfteverhältnissen werden die Möglichkeiten dann für andere Optionen eingeschränkt. Freilich, ohne dass im Moment es den Neoliberalen geringt, die Krise zu bändigen. Nur ganz kurzer Ritt durch die Elemente eines, also auch natürlich alles extrem vereinfacht, hat Uli ja schon angedeutet, aber geht ja nicht anders, was so Elemente sind. Austerity habe ich schon genannt. Zaghafte neue Regulierungen durchaus, aber keine wesentlichen Veränderungen bislang. Dafür umso mehr symbolische Politiken, etwa auch auf ökologischer Ebene. Freiwillige Arrangements, immer noch der Versuch, da wo Regulierung nicht durchbettbar scheint oder nicht gewollt ist, über freiwillige Vereinbarungen, Codes of Conduct mit Unternehmen und so weiter, doch etwas zu erreichen. Eine Fixierung stark auf da, wo es geht, neue Technologien, Technofixes im Englischen, wie eben solche CCS, also Kohlendioxidverpressung in der Erde oder so große neue Solarprojekte in der Wüste wie Desert Tech, aber auch sowas, was unter dem Stichwort Fossil Extreme Energy, also jetzt, da wo die Ölpreise steigen, auch die aus dem hintersten Winkel Ölreserven, die nicht profitabel waren vorher, Ölsande, Tiefen, Tief, Tief, Tiefseebohrungen in der See oder ähnliches mehr, jetzt doch zu fördern, solche Geschichten und natürlich die altbekannten Marktformen der Regulierung wie Zertifikate, aber auch GATS, TRIPS und so weiter. Natürlich nicht weiter verwunderlich, wie mir erzähle ich das hier einem informierten Publikum, keine Infragestellung der fossilistischen Produktionsweise und dem, was Uli die imperiale Lebensweise genannt hat. Die Kräfte, die dahinterstehen, sind mehr oder weniger die altbekannten bislang, besonders gestützt durch finanzielle und fossilistische Kapitalgruppen, also Auto, Energiekonzerne und ähnliches mehr, die nach wie vor eben etwas wie einen passiven Konsens halten können, nicht zuletzt durch eine massive Desintegration in der Gesellschaft schon der letzten Jahre, jetzt sozusagen nochmal durch die schwere Lesbarkeit dieser Krise und doch ja immer wieder einem Aktionismus, einem politischen und einer Dramatik. Ich meine, die FAZ ist diejenige, die permanent davon spricht, dass der Kapitalismus zusammenbricht, nicht unbedingt die Linken, wo sozusagen die Angststarre schon sichtbar ist bei den Leuten und insbesondere in Deutschland ja man auch merkt, wie wenig sozusagen, wie abwartend dann auch die Haltung ist, anders als in den Ländern, wo es schon gar nicht mehr geht, wo es halt aufbricht. Was bedeutet das? Sozialökologische Konsequenzen, Uli hat es schon angedeutet, kann ich hier ganz kurz machen, nur weitere Kommunifizierung von Natur bei gleichzeitiger weiterer Zerstörung von Natur, steigende Öl- und Ressourcenpreise. Ich glaube, Uli, da haben wir vielleicht einen kleinen Dissens, denn solange zumindest das Wachstumsmodell auch nur halbwegs am Laufen gehalten wird. Und trotz Stagnation in der Krise steigen die Preise ja in der Tendenz. Sie sinken in der Krise immer wieder, aber in der Tendenz sind sie halt steigend. Das wird natürlich ein Problem und zu massiven Ressourcenkonflikten führen, gar zu Ressourcenkrisen. Man wird sehen. Was bedeutet das ökonomisch, auch mit Blick auf Deutschland? Da kann man drei verschiedene Szenarien jetzt doch vielleicht erwarten, ganz aktuell. Möglich ist, dass die globale Nachfrage trotz Rückgang keinen so tiefen Einbruch erleidet. In diesem Fall könnten die deutschen Exporterfolge auf kleinerer Flamme weiterhin sowas wie ein Mini-Wachstum gewährleisten. Das ist zumindest auch das, was viele Wirtschaftsforschungsinstitute immer wieder trotz ihrer eigentlich schlechten Prognosen, die Prognosen haben eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit, als die Wetter vorhersagen. Sie müssen sie dauernd korrigieren. Aber das ist sozusagen das, was sie im Moment sagen angesichts der Krise, ein Mini-Wachstum, ohne dass dann ein Wechsel des Modells nötig werden wieder. Getrieben von Akzeptanzverlusten oder ebenso Ereignissen wie Fukushima gibt es darin auch kleine graduelle Änderungen Richtung Energiewende zum Beispiel. Aber bei insgesamt schwacher globaler Nachfrage könnten selbst eben so eine schwache Nachfrage aus solchen neuen kapitalistischen Zentren wie China, Indien, Brasilien und so eine halbherzige ökologische Modernisierung doch ausreichen, um die Vorteile des deutschen Exportsmodells auf Kosten der anderen zu wahren, also sozusagen surfen auf der Krise, was die Deutschen im Moment ja schon seit ein paar Jahren machen. Gerade die Schwäche der Eurozone kann da durchaus durch die relative Unterbewertung des Euro zu einem Vorteil sein gegenüber anderen Konkurrenten. In den USA wiederum scheinen selbst moderate Veränderungen einer wie auch immer gearteten ökologischen Modernisierung zurzeit verbaut. Zumindest wird der Kampf von rechts unglaublich scharf geführt. Vorstellung von jetzt doch höheren Steuern oder neuen Konjunkturprogrammen bringt Obama erst in dem Moment, wo er die Mehrheiten verloren hat dafür. In der Debatte um Kürzungspolitiken werden sämtliche ökologischen Reformen und Förderprogramme von den Rechten, insbesondere der Tea Party, als Jobkiller diffamiert. Zugleich ist die ökonomische Situation so dramatisch in den USA, dass es also sehr viel schwieriger sein wird, da aus Krisen hinaus zu bekommen. Zweites Szenario. Denkbar ist, dass die Konjunktur stagniert. Der Trend dazu ist ja schon lange in diese Richtung bei zehn Minuten. Ich bin noch beim ersten Szenario. Okay. Stagniert, was extrem starke Verteilungskonflikte um Steuern, Sozialleistungen, Löhne und Arbeitsstandards natürlich auch in ökologischen Maßnahmen mit sich bringen würde. Das wäre eher sowas wie ein Szenario des Postwachstums aller konservativer Art, wie Maynard Miegel es beschreibt. Also auf jeden Fall kein emanzipatives. Relativ wahrscheinlich halten wir aber ein drittes, nämlich einen angesichts der vielfältigen Ungleichgewichte erneuten tiefen Finanz- und Wirtschaftscrashes. Wir erleben es ja zurzeit auf allen Titelseiten. Das ist durchaus entsprechend der Transformationsprozesse vorangegangener großer Krisen, die immer in einer Reihe von Brüchen und Krisenverläufen gekennzeichnet waren, als auch eben von solchen Ereignissen, wie jetzt beispielsweise Fukushima als Katalysator einer jähen Wendung hin zu Energiewende geführt hat, wissen wir natürlich nicht, was eine solche tiefe Finanz- und Wirtschaftskrise, wie das die politischen Verhältnisse nochmal durcheinanderwirbeln würde. Das zweite Projekt wäre ein grüner Kapitalismus, Uli hat es genannt, deswegen kann ich das auch nochmal kürzer machen. In der Tat als eine Art passive Revolution. Das ist nicht einfach Restauration, sondern eben die Entwicklung bürgerlicher Herrschaft, wenn man so will. Die Gesellschaft vorantreibend. Das passive Element darin ist, dass die Subalternen zwar integriert werden, aber eben in einer untergeordneten Position, während ihre Intellektuellen oder Führungsgruppen in den Machtblock integriert werden und wie Gramsci es nannte, damit die Bewegungen geköpft. Der schillernde Begriff einer Green Economy, Uli hat es genannt, ist da natürlich einer, der versucht, nicht nur auf einen Krisenphänomen, sondern unterschiedlich die ökonomische Krise mit der ökologischen, mit der Jobkrise und so weiter zu verbinden und deswegen nicht nur sowas wie eine Perspektive für neue Akkumulationsprojekte, sondern auch für sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens produziert. Insbesondere seit die Unternehmen durch, aufgeschreckt durch Stern Report, IPCC, Berichte und ähnliches mehr, da etwas offener sind. Sprechen Sie diese sozusagen marktwirtschaftliche Orientierung auf einen neuen Konsens, vor allem ökologisch sensibilisierte, eben marktwirtschaftlich orientierte liberale Gruppen an, die auch über eine starke Repräsentation im öffentlichen Raum verfügen und eher skeptisch gegenüber dem Finanzmarktkapitalismus, wie wir ihn kennen, sind. Das ist, glaube ich, im Moment die mächtigste Antwort auf die gegenwärtige Krise und auf die Versuche eines autoritären Neuralismus irgendwie noch über die Runden zu kommen. Auch da weiß ich nicht ganz, ob ich Ulis Einschätzung teile oder ob ich sie einfach nicht so ganz verstanden habe. Ich glaube, das ist ein wirkmächtiges Projekt, aber so hast du es, glaube ich, auch dargestellt, die Transformation zum grünen Kapitalismus findet bereits statt. Ich will jetzt gar nicht sagen, welche Kapitalgruppen alles dahintersteht und welche Multi-Billionen-Dollar-Markt sich da auftut, der jetzt schon vorhanden ist. Es gibt viele Kontinuitäten auch zum Neoliberalismus. Auch da hat Uli ein paar gestreift, die Intensivierung weiterer sozusagen extraktivistischer Praktiken der Akkumulation durch Enteignung und ähnliches mehr. Auch die Geschichten über Zertifikate und Emissionshandel oder auch die noch stärkere Inwertsetzung und Externalisierung gleichzeitig von Reproduktionsarbeiten. All diese Dinge sind durchaus ähnlich. Auch ähnlich die Richtung, wenn auch nicht die Größenordnung. Die ist natürlich hier viel fetter, möchte man sagen. Nämlich marktförmige und technische Lösungen, Technofixes anzustreben. Hier soll sozusagen nicht nur ein bisschen nachgearbeitet werden, wie die Neoliberalen sich so vorstellen, sondern wie die IT-Revolution die technische Basis für die Globalisierung war, soll die Green-Tech-Welle die Grundlage für einen kompletten ökologischen Umbau und der Produktionsweise liefern. Aber, da ist da der Unterschied, dafür braucht es eines klaren und bindenden ökologischen Regulierungen. Zwar möglichst marktförmig, aber die muss halt gesichert sein, um Investitionssicherheit zu gewährleisten und gar neue Anlagsphären zu eröffnen. Ein so weitgehender Umbau wird allein durch die Marktkräfte nicht zu bewerkstelligen sein, sodass auch Kapitalgruppen wie etwa große Energieversorger wie E.ON öffentliche Investitionen fordern, um die Energie- und Verkehrsinfrastrukturen überhaupt erstmal zu schaffen. Auch eine begrenzt höhere Besteuerung von Vermögen und Regulierung der Finanzmärkte wird durchaus befürwortet, um eben die nötigen Mittel für Investitionen zu erwirtschaften und auch um ökonomische Ungleichgewichte zu dämpfen. An eine direkte Umverteilung von oben nach unten ist dabei natürlich nicht gedacht. Sozialökologische Ungleichheiten werden nicht thematisiert, auf die individuelle Ebene verschoben und auch sozusagen die Probleme in der Reproduktion werden nur am Rande gestriffen. Auch da gibt es natürlich jede Menge Widersprüche in diesem Projekt. Es ist also auch kein glattes, die spare ich mir aber, die kann man sich durchaus mitdenken, nämlich zum Beispiel die ökologische Krise wird viel zu schwach angegangen, es dauert viel zu lange. Die wirkliche Herausforderung der Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist da gar nicht wirklich mit eingedacht. Kurze Folge also, der grüne Kapitalismus ist nicht die Lösung der ökologischen Krise, aber eben ihre Bearbeitung im Sinne der Wiederherstellung einer erweiterten kapitalistischen Akkumulation und vielleicht auch so etwas wie einem Elitenkonsens garniert mit der Hoffnung der Superalternen auf neue Jobs. Kann man nicht mehr lesen, nur mal ein Eindruck sozusagen, was die vier wären. Ich habe übrigens draußen die Folien ausliegen, ihr könnt sie also mitnehmen und alles nachlesen und natürlich wird es auch einen Text dazu geben. Der Punkt ist, ich glaube, es ist keine Frage, dass es eine ökologische Modernisierung geben wird, trotz der vielen Blockaden im Neoliberalismus. Eines der Probleme, mit dem sich der grüne Kapitalismus rumschlagen muss, ist eben die austeritätspolitische Blockade, der auch seine Dynamik so massiv einschränkt, dass er schwerlich funktioniert, wenn es nicht gelingt, sozusagen diese neoliberalen Blockaden zu überwinden. Insofern ist es eben nicht das Gleiche. Es ist nicht einfach eine grüne Variante des Neoliberalismus, sondern sie widersprechen sich schon. Aber der Streit geht natürlich auch noch in eine andere Richtung. Wir können nicht alle sozusagen Kräfte, die irgendwie für den Grünen weiß ich was sind, in einen Topf werfen, sondern es gibt sowas wie einen soziallibertären Green New Deal Ansatz. Man könnte auch Blue Green Alliance sagen, wenn man eher auf die internationale Ebene geht. Die versuchen tatsächlich stärker zivilgesellschaftlich, wenn man so möchte, zu agieren, während der grüne Kapitalismus doch stark kapitalgetrieben ist, wenn er auch natürlich Elemente von Zivilgesellschaft mit einschließt. Die versuchen stärker, das Ökologische und Soziale zu verbinden, systematischer die Rolle des Staates und die Ausweitung des Öffentlichen, insbesondere auch mit Blick auf die Reproduktionskrise, also Gesundheit, Bildung und so weiter, mit einzuschließen und auch Umverteilungspolitiken darin zu denken. Sie versuchen einen anderen Mix von dezentralen und großtechnologischen Lösungen zusammenzubekommen, das ist noch eine offene Frage. Kulturelle Projekte natürlich darin eingelassen, von jeder kann sein eigener Energieproduzent und Konsument sein, bis hin zu sozusagen ökologischen Konsum, kennt ihr alle. Also das Green New Deal Projekt versucht dann eben, die sozialen und ökologischen Komponenten so zusammenzubinden, dass es irgendwie eine Art Sinnstiftung auch für die Leute ist und nicht nur sozusagen, wir kriegen einen Job, sondern tatsächlich die Vorstellung einer anderen Lebensweise damit verbunden ist, etwa demokratischerer Mitbestimmung, auch ohne Verlust der Eigenverantwortung dabei, bürgerliche Freiheitsrechte werden großgeschrieben, was keine Rolle spielt, sind etwa betriebliche Demokratisierungsprozesse und auch viel zu wenig mitgedacht, wenn auch immer wieder mal versucht, sozusagen die globale Dimension, was Uli bereits angekreidet hat. Auch dieser wird eine Menge von Widersprüchen mit sich bringen. Erstens, im Moment ist die Kräftekonstellation nicht so, dass es danach aussieht. Die autoritätspolitischen Blockaden habe ich schon erwähnt. Die ökologische Modernisierung wird eher kapitalgetrieben sein im Moment. Die Stärkplätze sind super stark in diese Richtung und auch in Deutschland sieht man ja gerade, wie schwach ein rot-grünes Projekt denn aufgestellt ist. In der Tat gibt es viele Spielereien, sozusagen grün-schwarz oder ähnliches, immer wieder gern von Kapitalseite auch unterstützt. Es gibt immer wieder die Debatte, eine Minute schaffe ich, die Debatte, dass sich im Green New Deal-Prozess immer soziales und ökologisches zwar zusammengedacht werden soll, aber wenn es hart auf hart kommt, dann doch immer die eine Seite gegen die andere ausgespielt wird, weil man auch nicht konsequent durchdiskutiert, wer zum Beispiel die Verlierer eines solchen Prozesses ist. Uli hat es schon angedeutet, es wird immer von Win-Win-Win-Win-Situationen gesprochen, das ist Quatsch. Beim Umbau einer Industrielandschaft beispielsweise wird es nicht zuletzt innerhalb von bestimmten Gewerkschaften, wie der IG Metall, natürlich auch massive Verluste und auch für Beschäftigte massive Verluste geben und da wird selten darüber gesprochen, wie die denn eigentlich aufgefangen werden. Ja, natürlich, wir machen ganz viele neue Jobs in ökologischen Industrien, ja. Die sind aber zum Beispiel nicht gewerkschaftlich organisiert. Die sind sozusagen auch in einem völlig anderen Bereich, dann oft gar nicht mehr in dem der IG Metall oder sowas. Das ist ein Spezialproblem, aber das passiert an allen Ecken und Enden. Höhere Preise für bestimmte Güter sozusagen, damit da eine Lenkungsfunktion eingezogen wird, so treffen natürlich immer die sozialen Schwächsten und ähnliches mehr. Die Rettungsformen, wie sie bislang gedacht werden, sind da nicht ausreichend. Also auch da gibt es, vor allem denken Sie nicht wirklich darüber nach, in welchem neuen Verhältnis, letzter Satz dann, ökologische und soziale Erneuerung tatsächlich auch die Produktionsweise betreffen. Sie halten nach wie vor fest an der kapitalistischen Positionsweise oder versuchen sich drumherum zu drücken, insbesondere im Wachstumsdiskurs heißt es immer weniger anders produzieren, aber nie wird man auf den Kern sozusagen der kapitalistischen Produktionsweise gegangen, was natürlich auch deren viele macht, aber auch andere Widersprüche mit reproduziert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten für ein solches Projekt sind im Moment gering, eher schon besser für den grünen Kapitalismus, auch der aber von Blockaden betroffen. Dieses Panorama sollte man aber wissen und deren Widersprüche, um dann von links im Sinne einer schon viel zitierten revolutionären Realpolitik entsprechend intervenieren zu können, durchaus mit einem eigenen Projekt und durchaus mit Blick auf, wo sind Punkte sozusagen, wo man eine Differenz, eine starke Differenz setzen muss, zu sagen, nee, hier gehen wir an diesen Punkten nicht mit, weil die die Widersprüche wollen und können wir nicht tragen. Das führt zu einer weiteren Kapitalisierung im Sinne auch von Zerstörung von Natur, aber auch immer wieder Punkte abzuklöpfen, wo dann eben ein mögliches, wir nennen das immer Mosaik-Linke, entstehen könnte, etwa insbesondere bei den soziallibertären Green New Deal-Ansätzen, aber vielleicht sogar bei einigen der grünen kapitalistischen Fraktionen, ohne ein eigenes Projekt aufzugeben, ganz im Gegenteil, was dann, sagen wir, verbindet diese, in diesen Projekten sozusagen nach links zu arbeiten, so gut es geht, aber Angebote zu machen, wie man konsistent postkapitalistisch und vielleicht auch Postwachstum im Sinne einer Reproduktionsökonomie, die insbesondere Reproduktionsarbeit ins Zentrum stellt, wie Frigga das angedeutet hat. Ich glaube, das wäre eine der wesentlichen Aufgaben, die jetzt zu leisten sind. Vielen Dank. Bitteschön. 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 Bitteschön.